Mima Moinsen, herzlich willkommen und Hallihalüchen zu diesem kleinen äußerst spontanen Video, denn ich muss mich ein wenig beeilen. Draußen dreht alles drunter und drüber, Blitze schlagen vor der Tür ein, der Donner lässt die Scheiben zittern und ich sitze hier trotzdem und muss das hier noch schnell aufnehmen, denn es gibt mal wieder ein Problemchen. Ja, okay, das Problem ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein schwerwiegendes Problem, aber dennoch nicht ganz unwichtig, unerheblich, denn ich habe mich mal wieder hoffnungslos überschätzt, wie das so auf der Fall ist. Und überschätzt deswegen, weil ich den Zeitplan beim besten Willen nicht einhalten kann. Ich war letzte Woche einen ganz vielleicht mitgekriegt, mitgelesen auf Con, letztes Wochenende von Freitag auf Sonntag und konnte daher nicht aufnehmen und auch nicht hochladen, daher auch am Freitag und am Samstag keine Videos. Äh, gestern habe ich es noch hingekriegt, heute, Dienstag zum Beispiel, schaffe ich es nicht, weil ich a. keinerlei Folgen mehr von Lost Souls habe und b. auch die Risen-Folgen langsam knapp werden und ich noch keine Zeit hatte nachzuproduzieren, da die Schule doch ziemlich zeitintensiv wird. Was aber nichts macht, endlich kann ich wieder Hausaufgaben machen. Yay! Und ich lerne noch was dabei. Dementsprechend, äh, oder als Konsequenz daraus, habe ich jetzt erstmal, ähm, ja, den Zeitplan etwas einschränken müssen getan. Mann, der Regen ist schön. Ähm, was so viel bedeutet wie? Und jetzt kommt's, Folgen nur noch am Wochenende, das heißt Samstag und Sonntag. Freitag ist für mich kein Wochenende. Das ist Samstag, denn meinetwegen je eine Folge Risen und Lost Souls, am Sonntag denn an je eine Folge Minecraft und Metal Gear Solid 2. Substands. PC-Version. Der Spielepyramide. Für 10 Euro. Ende. Ähm, ähm, ähm. Ja. Ja. Äh, äh, in den Ferien, die ja zum Glück auch bald wieder ins Haus stehen, nehmen wir dann unseren gewohnten Plan wieder auf. Das heißt Montag wieder mit Video und Dienstag wieder mit Video. Ähm, ich muss das deshalb so machen, wie vorhin, oder wie gerade eben gesagt, weil ich, äh, am Wochenende auch aufnehmen muss. Das heißt, ich werde dann ein Wochenende durchweg aufnehmen, mehrere Stunden am Stück die Spiele dann spielen, das dann immer rendern, wenn ich Zeit habe und das dann dementsprechend auch an den nächsten Wochenenden hochladen. Ähm, ähm, was natürlich auch bedeutet, dass wir an den Projekten etwas länger hängen werden, ungefähr doppelt so lange wie ohnehin schon. Und, äh, äh, die Folgen, die vom letzten Wochenende noch fehlen, man merkt vielleicht, dass das Video unstrukturiert und völlig spontan ist, aber who cares. Ähm, die Folgen, die noch fehlen, die werden nachgereicht, Zeit zu Zeit, von Zeit zu Zeit. Und, damit die Leute, die unbedingt Videos haben möchten, auch wenn es wahrscheinlich nicht allzu viele sind, nicht ganz leer ausgehen, werde ich zwischendurch wieder immer wieder mal ein Special nachschieben. Zum Beispiel Musikvideo. Zum Beispiel... Ein... Quatschvideo. Zum Beispiel... Ein, äh, ich muss mir gerade Namen ausdenken. Ein, 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 ein... Z-Track-Video. Zum Beispiel... Das, was mir gerade einfällt. So. Ich hab mal wieder meine obligatorischen vier Minuten vollgequatscht. Gibt es noch etwas, was nicht dringend loswerden muss? Ähm... 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 Äh, ja, vielleicht noch das, ähm, das, ähm, das, ähm, das, ähm... Ich... Höchstwahrscheinlich, wenn alles glatt geht, Ich in drei Wochen schon wieder ein Wochenende nicht da bin. Was ich da dann mit den Videos mache, die ja angeblich denn am Wochenende immer kommen sollen, Das weiß ich noch nicht. Da werde ich mir aber definitiv was einfallen lassen. Denn auch wenn es vier Kommentarschreiber sind, Ich lass mich nicht unterkriegen. Ihr kriegt die volle Packung. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Ähm... Das war's jetzt von mir. Ich werd noch ein wenig das Gewitter genießen. Ich mag dieses Endzeitwetter. Das macht richtig Spaß. Schade, dass es grad nicht richtig donnert. Sonst würde ich grad noch das Mikro ans Fenster halten. Aber wie dem auch sei. Gut. Ich renne schnell dieses Video hier. Jetzt sind's schon wieder fünf Minuten. Ich werd nicht mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Höchstwahrscheinlich am Samstag. Tschüss.